Und wunderschöne guten Bonjour, heiße ich mir da in einem neuen Sonntesformat Minecraft, mit mir zu spielen, an einem kommen Alpenmilchischen Mönch, und ich kenne wie den Freddy Merkur, den Latschke Jamann. Schöner Freddemark bräuchte. Ah cool, ja, der Freddy Merkur, kennst du Freddy Merkur? Ja, ja, dein Freddy Merkur, ja. Du hast eine Alpenmilch in... Hi Freddem. Ah, merci. Einer von den besten Latschböischen Youtuber ever. Oh cool, Frank Fries. Und ja, und ähm, was, was wir euch noch mal gönnen, was halt so von einem guten K... Ich teste alles, ne? Einen guten Kaffee meinst du? Was halt so von einem guten, guten Kaffee? Hast du noch schöner Nöller? Ich hoffe, dass du noch bist du, ne? Aber nicht schön nach Kaffee, ich konnte Kaffee nicht trinken, ich weiß natürlich was. Ja, ich schmeck dir das, weil wir immer im Kreativ sind. Und äh... Ja, das ist noch ein bisschen extra, ne? Ja. Schöne, schöne, schöne. Du hast den Kars nach voll, ne? Ja, schöne, schöne. Ja, Minger sucht nach voll. Du hast ein bisschen Lansch gesammelt, ne? Was ist mit Kars? Was ist mit Kars? Ja, doch, doch, bei mir klappt es, hei hei hei. Oh, die Taschen ist verschwunden. Oh, die Taschen trinken sogar auf Feiermühl und dann muss der Karte. Was ist mit Karn? Die Taschen ist verschwunden. Die Taschen ist verschwunden. Die Taschen ist verschwunden. Der Rekeltopert. Oh, 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 oh. Was hast du das Problem, dass ich die Maschine benutze? Oh, Moment, Moment. Ich muss mir einfach einen, 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 einen Tasse Horte Kaffee holen. Sorry. Ich muss mir einfach holen. Ich muss erst ein Creative House, ich muss einen Tasse Kaffee holen. Ja, ja. Ihr wisst wie das. Wir suchen dir einen. Geil. Mode. Null. Na ja, ich will noch schon Wasser, nur so, dass wir immer Kaffee holen. Das darf nicht fehlen, ne? Also, Prost, ähm. Ob ein guter, ob ein. Geil. Wieder schon, hei. Prost. Ah, das war gut. Ah, noch ein bisschen Fritten haben wir bei anderen. Ne? Das passt immer. Ja, ja. Okay. Ja. Wie werden wir das machen? Ich wünsche mal, ähm, hier ist die Biest. Und ich wollte darum auch ein paar Minecraft machen und... Rickelst du. Rickelst du, putain! Und das Personal, ich kann euch das, komm, ich brauche ruhig rein. Denn heute ist ein bisschen schwarzen kann. Wie gut schwarzen kann, viel schwarzen kann. Äh. Ich weiß, wie man das schwarzt. Und hier gucken wir mal, ähm, wir machen ein bisschen... Ich fand fast ein Maschinenmann mehr, das ist nicht ganz gar genau. Ja, ich muss mich noch drüber gewinnen, ich warte mal an der Kreative Mode einzugehen, weil, weißt du, wenn euch die gewinnt, dann wollen ich eh mal Wasser aufsetzen, dann musst du eh mal nur eidel. Ah, okay. Ja, naja, ich habe gesehen, ich muss mal einen zweiten Ema holen, für das, dass ich überhaupt dran habe. Ah, du hast das rauskommen. Das wird geklappt. Wtf. Okay, warte mal, wir machen nur mal Pacht. Ich warte mal, was hältst du von da? Hallo? Du hast zu gehen? Moment. Ich guck. Sie möcht' denn da, ne? Ja, genau, Headback. Hallo? Äh, wir sehen... Da hast du schon nicht gut gepflegt, ne? Das heißt, lass' ein von Motorhol-Sub gefüllt, sie möcht' denn da, ne? Minecraft. Guck da, guck da, guck da. Wow, wow, wow. Ich kann ihn so stark ein... Verletzt das? Naja. Du weißt, es ist einfach Crystal Block. Und so, so Void-Kristall. Ich weiß nicht. Das ist eine ganz komische Gruppe der Dekoration, die Leute, ne? Ja, ja. Was... Guck mal, was das immer gut ist. Ich guck mal den hier nur. Es ist so... Äh, 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 äh. Ja, ich kenne den Taddeus, der Cousin. Ja, und ähm... Wir holen heute tatsächlich einen kleinen Tiefscher vor uns an. Wird auch cool aus, wo man es gefriert und wir kischeln. Mir wird eine Kaffees-Maschine voll. Vielleicht... Vielleicht Kaffees-Maschinen-Wand gebraucht, oder? Äh, nee. Ich dachte, den, äh, Weis-Town ist, wenn er ein Degg in. Ja! Weis-Town? Und dann kommt er einfach drauf. Und dann kommt er an die Anna. Und dann kommt er, ähm, wie ist er genannt? Alptopia. Ach so, ist der Titel Alptopia genannt? Ja! Ich muss heibauern, oder was? Ich vergräße den Titel. Ich bring den auf den nächsten Punkt, weil guckt er halt, wie altmöde ich. Stroßen die als Bulli sehen und so. Wir werden das ganz modernisieren, hei. Alptopia ist so modern, dass Alptopia auch Musik hört. Ähm, äh, so ein Disco. Und natürlich. Ja, natürlich. Eine Kaffees-Maschine. Eine Kaffees-Maschine. Und dann geht es ruhig mit dem Gramp. Das ist so genial. Das ist sicherlich, ne? Kann ich noch zum Beispiel, ich war geil, ne? Das kann sowieso keinen Nennenscheid. Und ich könnte auch nicht vorstellen, wie wir uns gefreht tun, wo wir tatsächlich so ein Ding gefunden tun. Eine Kaffees-Maschine, gell? Ey, mir, das ist das genialste, weil ich schon auf Minecraft gesehen habe. Und plötzlich, was willst du? Äh, ich guck den Detail. Das ist doch toll, das ist doch cool. Actual Editions, aus dem Mopack, könnte er raus? Äh, ich weiss, was zu tun an Dingen im Texplore wird nichts benutzen. Ich weiss so genau, was du oder hol, okay. Ja, mir, 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 mir find es ein bisschen... Nein, 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 das passt dazu. Das passt dazu. Wir machen den ganze Let's-Play, ob das nicht nur den beste Kaffee spälen. Ja, und ich geb so einen, ähm. Baume-Hoin, ich glaub's, klangt. Wir haben verschiedene Mods gemacht mit Vize-Beast und da kannst du dir so ein Merci Alpenmilch, weil du sagst, du wirst einen Tag kriegen. Ich fand, ich guck da lange mal die Landschaft rein mit den Bürgern. Das ist wirklich schön, also so Mappen gehen nicht normal auf Minecraft-Vanille. Das ist wirklich flott, ob das du willst. Ah, hier haben wir auch nach dem Graf, wo wir hier haben. Wie gesagt, ich dachte, ja, aber guck mal, blablabla, du gehst gleich anbringen, du gehst einfach an den Graf heran. Ja, die Leute sind ja da. Den anderen hast du noch geliebt. Du wirst ein kleines Skelett, du, ne? Den, du gehst nicht. Ey, wie kann ich Skelett leben? Kannst du vielleicht verordern, hm? Ich weiß nicht, ich bin nicht verstanden mit den Zombies und so. Das ist doch ganz oft eine Parasiten-Affäre oder irgendeine banale Geschichte, wo sie nicht wirklich eine Backstory abpassen. Halbzeit Zombies, ne? Aber die tauchen doch sowieso nicht mehr ab. Wenn sie nur P.s. holen. Ja. Das heißt, dass wir wirklich auch rau können als Villager in Lierwischhalle für und allem. Da wäre ich das ja ziemlich egal, wirklich, dass wir im Kreativ spielen. Dann habe ich da auch noch lauter so... So Brunnen, wo auch dann heute so nach so... Klangtronen drin, da sind mir. Ich brauche aber nicht, wenn ich nur noch mal gespielen darf. Dann gib ich dir so ein... Ah, ja, kann ich gebrauchen. Wir lassen Probleme, wir müssen Platz machen. Wir brauchen Platz. Willst du wirklich hier in Altopia oder willst du... ... einen anderen Platz machen bei... äh... Kaffee-Stadt? Ich will bei Kaffee vielleicht nicht aufhängen. Weil ich meine, hier ist ja eine flotte, natürliche Landschaft, die ich nicht unbedingt will unnötig zerstören. Ehm... Wow, was ist das hier? Der besteht also ein bisschen ein anderer stehen. Ja, ich... Ich gebe hier noch gerne viel mehr schnell dorthin, da geswoopped kommen. Äh... Lol? Ah, natürlich, ja. Äh, Quack Rock... ...kund ich noch nie gesehen. Okay, interessant. Lol? Was war das? Was war das? Das ist ja, das habe ich mir gedacht, dann hätten das ganz komisch gemacht, ne? Da ist das unten, natürlich, ja. Da ist eigentlich eine Schleiminsel. Äh, Doten, was... Da habe ich gesagt, dass wir hier aufkommen sind. Ich habe schon nicht gefunden, die sind da. Ah, wirklich? Ja. Da guck mal, hier mal nix dran. Einfach mal, ähm... Okay. Wir warten mit, ne? Ah, ja. An die Leute, wo ich vorne rin... Ja! Ist voll Tinkerhund. Genau, wegen denen... Äh, wegen den Infinity. Gell? Ja, das ist in der Glanz. Wow, guck, 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 guck. Hier ist auch noch so ein. Ah, hier ist ein Flutflaschumfung, ne? Hier, wo wir... Wo wir ja gesehen hatten, dann... Ah, der Golem, denkst du. Genau, guck. An... Der Golem. Golem! Olli! Ich zu Hause. Olli! 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 Von der Turs kann man jetzt Blickmacht holen. Ja. Ja. Die Schneeblock... Das Blickmachtgol. Das ist in der Reihe. Passt schon. Ähm. Äh, lol. Äh, wirst du dir hier aufgefüllt, hier heute? Ne. Wissen das nicht? Schönen wir kleine Wege mit, weißt du, dann... G'settet. Ah, das ist mir einfach hier rumzukommen. Ja, da findet noch so ein W-Römpf hier hin, ne? Ich weiß nicht, wo den drunter ist, die Golem. Ja, das ist aber interessant. Olli! Das ist ein Quack... Quackcliffe. Das ist ein neuer Biom. Okay. Okay. Die kommen noch wahrscheinlich erst bei Jumoplanti. Weißt du, im Park? Ah, hier hast du wunderschönen Hirschbisch. Ja, ja, ja. Wo man... Äh... Äh, die geht hier nach mehr, die man hat, wo wirklich gering aus, so... Ah, die geringe. Ja, ja, ja. Radioaktiv geringe, wo du. Ja, du... Du... Du kriegst... Du kriegst du Krips, wenn du schüß drauf guckst. Stundenlang, so... Ähm. Im Detail ist wirklich flott. Ich fand... Für wahr, dass das noch immer nicht in Minecraft war. Ein bisschen... Aufwässlung am Laub. Einfach. Das ist nicht viel. Ja. Es ändert viel. Ja, aber guck mal. Was ist das Beispiel jetzt verschieben? Generell bei Minecraft, es schneit. Ja, cool. Okay. Du hast Wander und du Zuma. Die Änder existieren nicht? Ja. Und äh... Schmengen, das war ja eigentlich so. Das war das Season-Update. Das war noch während den Alpha-Zeiten. Das haben sie Season-Update genannt. Und am Anfang, was du wirklich dabei kommst, das war das Schneebium. Oh, cool. Und das war ein bisschen enttäuschend. Weil du hättest mehr erwarten in deinem Season-Update. Du hast eine Einzel-Gummibärm. Die erkennste, weil du nur, wenn du mit mir belehrennst. Das ist eine Gummibärm. Ja. Das ist eine Gummibärm. Das war gut. Genau. Ja. Das ist cool. Wir haben plötzlich gesagt. Das ist wirklich schnell. Hm, da ist noch ein. Ja. Also. Äh, wo hast du Koffer für? Koffer für Koffer? Koffer für Koffer? Ah, da ist der Grange, Brüder. Mit die Pläser ist noch am Proposten, muss ich sagen. Ja, aber so... Du kriegst den Ah-Kriebs, wenn ihr das nur guckt. Ja, ich baue in Deutschland und fand ich gehe hier in Disneyland. Da passt das. Wtf. Really? Okay, pardon. Und, äh, Six Flags. Was ist das Leben? Ja. Nee, ich hatte ja nie, weil ich bin schrumpf. Weil ich bin schrumpf. Oh mein Gott. Aber das ist dem Park. Das ist das Geisterpark. Das sind Six Flags. Das ist das Loch. Achso, okay. Haha. Ich könnte denken, seit Mord war ein Vanigator oder so. Ja. 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 Geh Kommentar dazu. Geh Kommentar. Wird das interessant, wieso schreinst du einfach so ein Stehbild? Was ist das hier drin an Dungeons? Das wäre cool. Ähm, Moment. Da kannst du ganz einfach gucken. Äh, du musst ja töten und gehst da. Äh, Game, Mode, Abstand, 3 ab. Ah, gehst du an den, äh, Spektateur. Oh. Ja, das nehm ich da drinnen. Das ist aber interessant, weil die stehen da so. Das Cobblestone muss spannender Zeit. Ja. 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 Das ist nicht natürlich. Also. Hm. Nicht, dass ich sonst gewinne das. Doch, doch, doch. Das... Das ist ein Höhle-System, also schon da. Ganz in der Lava. Ähm, was wirst du da? Ich werde auf, was du gegangen. Ist die Lochai auch länger und zwanzig. Ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Ich habe gerade rausgegangen. Das Game-O-Trayer sind. Ja, ja. Du weißt den. Ja. Oh. Oh, was war denn da? Oh. Ja, komm ich Pilze. Aber effektiv wäre das nicht so grell gering. Da wäre das Platz gut für uns zu fangen. Ja, das wäre genial. Aber wir warten, wir fahren noch ähnliches, ne? Ja. Normal Plains, finde ich. Normal ist relativ weit. Da gibt es so viele verschiedene Pilze. Äh, auf verschiedene Farben. Im Allgemeinen. Allmählich neue Blumen, noch die es Botanica kommen. Oder Harvestcraft. Was soll denn dann? Das ist aber komisch. 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 Das ist ausgesagt wie geschmutzene... Äh, Eisen. Hm? Hm? Ähm. Ich meine nicht so. Ich weiß nicht was du drüber hast. Ich tippe immer bei dir. Ich tippe immer bei dir. Was ist bei G-Mode? Es sind... Es ist okay mit der Mauer nicht, weil ich am Funk selber und kreativ sind. Das ist okay. Alles ist okay. Du. Okay. Du dann. Was ist das? Hm. Geil. Es hat flüssige Redstone. Kein Sinn. Kein Sinn. Kein Sinn. Ist immer nicht sicher. Wie cool ist das? Das Destabilized Redstone. Wow. Ja. Okay. Andrei. Äh, das sind richtig geil Galerien, ne? Wenn du so guckst. Mhm. Oh, warte, warte. Hi. What the hell? Cool. Cool, cool, cool. Ah, und er hat ja so einen Min. Also so einen Min. Haha. Hehehe. Eing. Eing Min. Achst du. Eing. Ja. Ja, das ist weg. Das wäre ein cool Empfang. Und er hat ja nicht kreativ zu erwischen. Oh, 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 oh. Ich fand es interessant, wie einzeln so kristallblick. Einfach so. Und dann läuft es sichtbar sehen. Mhm. Ah, das zertus kristall. Die sie sichtbar. Komisch. Schön, hei. Ähm, redstone blocks gesehen. What? Ganz blick? Ja, ja, redstone. Ich komme. Du, 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 du. Ja, das ist so gut wie du. Hei. Ich schritte einen Blick. Ah, ja. What? Interessant. Gell? Oh, was das? Ja, ja, ja. Das, äh, Madame aufmerksam geht. Mä? Weil, das war nicht so lange, weil die hier du heben sind. Und normalerweise war nicht schwarzen. Da schwarzen das mit Mutter Kätzchen. Und ich weiß nicht so, und wie war fährst du selbstgespräche? Oh, jetzt ab dieser Jahrtreme. Warte, ich kann es auch los. Mä? 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 Was war das? Also. Geh mal runter. Geh mal runter. Ich, ähm. Ähm. Minen, Minen, Fumuri, aus Neisch, du. Hei und da. Huiiii. Komma rum, da. Was hältst du von einer? Ja. Ah, sag ich nicht. Mä? 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 Ja. Erzähl ich dann, was geht? Trick und Ball G. Ja, schließen, bla bla. Ähm. Wo sind Österlöcher drin? Ah, ist hin da. Cool. Ja, da ist ein Bumpinginsel. Ja, aber wir gehen von uns bei die Klangstadt teleporter. Was hältst du von? Jo. Und mal bei Koffi. Das ist der Wank Point. Äh. Und dann Teleport zur Koffiestadt. War das gut, aber ich tp mich bei dir. Weil ich schon die Punkte nicht mehr. Ich muss die nachher speichern, weil ich denke, alles neu installiert hat. Ah, okay. Wir waren schon sehr gut zusammen. Ich habe gar nicht mehr einfach keine Leckerli in uns schnell, sondern geklappt hat. Mä? Mä? Ja, gut. Du hast Matthias hier. Hm. Ähm. Ja, aber das habe ich so. Bei Hönn und bei Katzen. Da gehen, äh, da gehen zu verschieden Theorien für die Leute tun. Andere unterstützen die voller ganz. Ähm. Bei den äh Katzen. Die ähm. Mäuen. Gell. 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 Ähm. Katzen wirken immer so, wie wir uns am vorherigen gewissen, äh, gewissen Diva-Status zwischen Fehlivern. Gell. 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 Ich weiß nicht. Sie sind ganz froh mit mir. Ja, lieber du wirst. Also, Koffefefe. Hier sind ja schon ein paar zu viel Platz und rundherum. Das heute, den heute wirst, kann ich noch komplett aus dem Wehr regeln. Von Schmolp, Schmolp, Schmankendummer, oder? Für jeden? Ja, den Heim, weil den... Den trennt bald der Tür von zwei. Ja, du willst direkt den Hofbütteln, bis auf null. Kannst du einen Quarry an der Mitte aufhalten? Kannst du auch stoppen, obwohl... Hm, okay. Ja. Hat CSU 10 dran, aber ich weiß nicht wirklich, welchen der benutzt. Okay, was... Und flüssig sind verschiedene Pack-Hefen sein, veranischt. Ich gucke, ob Turtles drauf sind. WTF? Ich will ein Pistole-Font. Neee! Ach, ja. Hehehe. Kurle-Mann, also bist mir ein schwerer Sache. Du musst mir irgendwann denken, wenn man bist... Aber natürlich, wir sind kreativ, wir können alle selber klacken. Ich wäre aber froh, wenn ich... ...eine kleine Monster-Farm kann bauen, dann denke ich, die richtig ausnutzen kann. Ah, das ist super nice. Gut. Ich meine, das ist einfach ein Boden, also ein Punkt, wo ich mal so und das ist der Boden. Das ist der Boden. Und dann rasieren ich mal die Birchessenbe. Was ist denn da? Wir haben das schon gemütlich zusammen. Also, was soll ich mal... ...als... ...wenn es ist für uns zu fangen? Ähm... Die Heiden... ...oder da oben? Warte mal, guck mal mal, ob die andere Seite... ...was die andere Seite sieht von der... ...von der Hektz hier. Was ist das heute? Wäre du sieben? Ähm... Komm mal, hei. Komm mal, hei. Komm mal, hei. Hei, Huma. Ähm... Das ist heute noch sehr schütt. Du brauchst bei... ...das hier stammt. Ich sei es direkt in der Karte von Preisgurken F3. Ah, okay, cool. Ja, durch den seit ganz klang. Ähm... Ja, komm, komm, hol... ...hul mal die Heiden hekt. Hol mal die Heiden ab. Also, nirg. Ist echt. Okay. Fängst du von der Seite und ich knippt die andere Seite. Hopp. Jo. Mhm. Ja, schön, ähm... ...schon Martin und Tools, scho viel... ...bierge aus den Ego hol. Da links. Das, ähm... Geht gut, doch. Ach, geht fix, geht das. Ah, ja. Ich hab das gleich vermacht. Schön hirren anscheinend, ...dwann den... ...nacht... ...potionsholt. ...gell? Hahaha. Ich brauch das ja nicht. Du brauchst den Ego holz. Na. Muahahahaha. Gell. Lundsch da rein, hä? Ja. Hehehe. Ne, mit der, was ich sprach, ...ich muss den Ego potions. Wir brauchen die sind ein bisschen zu teuer zu machen, ...um... ...mach... ...den... ...also für den Zweig. Böne schlefe dann so ein... ...at geh immer so den Helm. So, äh... ...den Miners Helm. Ja. Ja, die sind dann geblinkt du da nicht. Was gibt's? Was gibt's? Die sind geblinkt. Ja, ja, die haben einfach so vorhanden gelegt, ...wie wenn sie mit einem Fakul vorhanden haben. Ah, ich weiß nicht. Und das ist innegegangen, ...als die haben mich abgeteilt, ...und die haben mich aufgehört, ...und die haben mich aufgehört gemacht, ...und... 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 ...mich das muss noch stattgehen, ...durch... 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 ...und... ... росс simplemente ...durch... ...durch... ...den X-Royi-Effekt. Naja,through verschiedene Leute hätte gern X-Royi-Effekt... ...generell... ...�� задач in dem вообще... Ha, hm... Ja,ja, phase anrafuiertel sitzen, ...wiss schon praktisch wär, né? Ja, jetzt geh mal durch divide, ...oh, ... ...etng tat vor allem... Jami, lass mal sowieso, und ich fähle Tucki zu dir. Ich stelle mal für, ich geh nur auf Las Vegas, sonst geh mal ein Football-Blackjack-Spiel, weißt du. Ja, das war, das war mein zweites Gedanke. Das hat mein zweites Gedanke gewirrt.